Yo, hallo Leute! Willkommen zurück beim Tabletunters Gamer mit 7 LP, so, yo! Yo! Und, äh, ja, der Sepp wird mir jetzt mal beratend zur Seite stehen in diesem wunderschönen Spiel The Binding of Isaac, was ich so wunderbar kann, aber ich gar nicht verkacke, nein! So, beim letzten Mal, oh, guck mal, jetzt sieht der aus wie der Manuel irgendwie so ein bisschen, ne? So irgendwie so voll, voll die, äh, voll die Pfosten, voll die Pfostenhaare. Oh, ich glaube, ich muss, ich muss Video machen, Video Antwort auf dieses Video, wo steht, Jerm, let's play beim Akinator gefunden, sag ich, Jerm, let's play in The Binding of Isaac gefunden. Achso, die hat zwei Herzen, oh, ich hab gedacht, die hätte drei. Was, die hat nur zwei? Scheiße, warum nehm ich die eigentlich? Wie viel hast du gerade gezockt? Äh, mit Isaac. Du hast groß failed. Oh, ja, hab ich gerade auch gesehen, aber ich muss den Raum jetzt gerade noch zu Ende machen. Bin ich da jetzt, jetzt? Hat die irgendeine, ja toll, jetzt blockiert der Maus-Fail meine Sicht. Hat die irgendeine besondere Fähigkeit hier, oder bekommt die besondere Items, oder? Wenn du, wenn du einmal getroffen wirst, äh, kommt so ein Super-Fail, äh, der beschützt dich und hackt die Gegner kaputt. Und wenn du nur noch ein halbes Herz hast, dann wirst du zur richtig fetten Hure von Babylon. Ja, die heißt Hure, äh, Hure von Babylon. Ja, ohne Scheiß! Ja, und dann macht die übelste Schade, da guck, da ist der Super-Fail schon. Ja, ich glaube, ich gehe direkt zum Endboss. Ja, ja. Ach, guck mal da! Ich hab jetzt wieder die Augen, die Augen von... Achso, damit du, äh, durch die Räume direkt gehen kannst, die Geheimräume. Ja, ich bin Manuel mit Augen. Äh, mit Brillen, mit Augen, wann laber ich? Ey, da oben war der Geheimraum. Ja, warte, der Maus hat doch keine Augen, der hat doch nur Haare. Jaja, verarsch mich, denkt der sich auch so, ah, ich geh mal von, von der anderen Seite dahin, ne? Dann sieht der das nicht. Ja, ich muss ab und zu mal refreshen bei dir, damit ich keine Verzögerungen drin hab. Sonst so 8 Stunden später, was machst du da drück, Space? Dann bin ich schon längst tot oder so, weißt du? Ah, ich geh erstmal da oben zu dem... Ey, das ist bestimmt eh wieder nur so ein 9er Feld Geld oder so ne Scheiße. Oh, hier ist so ein... Toll, ich hab null Bomben! So... Ah ne, ich kann direkt durchgehen, aber ich kann den blauen Stein nicht weg machen. Der soll mir doch Bomben geben! Der Behinderte, ey. Ich hab grad ein schwarzes Bild. Ich weiß nicht warum. Ey, jetzt hab ich wieder 100 Viewer mehr. Was ist los? Hab ich schon Screen... Doch, ich hab die Screen Region aber eingestellt. Wofür grad sagen, so her. Jetzt kommen so Leute dazu. Nein! Ich hab echt nicht zockt. Schlabbern zu... Alter, wenn die das echt denken, ne? Ich bin da richtig epic. Weißt du, hinterher hat der selbst so gleich so paar Stunden hat der so irgendwie so... Weiß ich nicht. So 3000 Zuschauer. Ich hab so 100, weißt du? Obwohl ich zockt. Richtig kurz. Ich sollte das vielleicht mal mit reinschreiben im Mainstream. So mit nem Titel oder so mit nem Banner. Ey, ey, Sepp, weißt du wie fail das hier einfach ist? Ich krieg einfach keine Bomben. Und keine Schlüssel. Aber Hauptsache ich hab acht Geld. Ich würd den Stein ja gerne mitnehmen, Leute. Aber ich hab keine Bomben. So, erster Endgegner. Und? Nein! Larry Jr. Och, Hilfe! Nein! Nicht der! Der erinnert mich einmal an Goof Troop. Kannst du dir vorstellen, dass man bei Larry Jr. verkacken kann? Nein. Ja? Obwohl doch, doch. Nein! Doch. Was ist jetzt los?! Alter! Da! Ja, jetzt bist du die Hure! Oh! Oh! Oh, der Tüte! Boah, Alter! Passt doch auf! Ja, ja! Das war jetzt so... Nein! Boah, hab ich Schwein gehabt! Werde ich auch wieder klein, oder? Mhm. Wie scheiße die aussieht! Mit der Brille ohne Kack! Ich! Oh nein! Oh, guck mal! Der Manuel weint! Oh, der Manuel ist voll traurig! Er kriegt einen Ball gegen den Kopf! Die Hure von Babylon, Alter! Oh, Scheiße! Ja, super! Würde ich ja gerne mitnehmen, das Geld! Aber ich hab wieder... Toll! Schon wieder ein blauer Stein! Und ich hab ja so unfassbar viele Bomben gerade dabei! Das ist echt der Wahnsinn! Also, ich glaub, wenn ich nochmal in irgendeinem Run so viele Bomben hätte, würde ich instant gewinnen! Ich ärger die Leute jetzt! Ich mach jetzt einfach mittendrin Werbung, obwohl du zockst! Ja, die sollen dann bei dir gucken! Was denn? Ich war auch nicht bei mir gucken! Ich streame wie du Streams! Das ist doch voll Wunder! Aber wie geil das einfach ist! Weißt du, so jede Abklingzeit direkt Werbung reinhauen! Ja, mach das mal echt! Das ist voll die gute Einnahmequelle, sag ich mal! Ich streame jetzt immer wie andere Streamen! Ohne Scheiß! Du musst ja einfach einen Stream von Ocelot oder so nehmen! Ja, von HotshotGG oder so! Ja, und streamst den einfach! Und machst nur Werbung! Wie geil! Ach, guck mal! Jetzt krieg ich Bomben! Toll! Super! Hier ist der Geheimraum! Ach, toll! Kann ich die nicht kaputt sprengen, diese Geldmaschine? Ja, klar! Komm, gib mir Geld! Sauber! Das halbe Herz, was mir gefehlt hat! Oh, ich muss gleich schließen, glaub ich! Ach, schau! Scheiß, was sind das? Ja, genau! Werdet doch mal aggressiv! Kauft ihr mal Internet? Ich will keinen Delay haben! Ja? Ich will das live haben! So ist das doch nicht live, wenn da Delay drin ist! Ja, okay! Dann nenn ich das das nächste Mal Delay-Stream von mir aus! Ja, genau! Ach, guck, da war ich doch schon drin! Wo bin ich dumm! So! Jetzt geh ich, jetzt geh ich hier lang! Da ist der Blue Stone! Und? Bomb weg! Yo, da ist ne Golden Truhe! Und? Nein! Ich hab keinen Schlüssel! Scheiße! Wie ärgerlich! Weißt du was geil ist? Du hast mehr Delay von deinem Stream als ich! Von deinem, also die Sehnat! Was du streamst bei mir früher als das bei dir kommt! Wat? Ja! Wieso, wie soll dat denn gehen? Weil ich öfter Refresh-Button drück! Ach so! Und dann kommt immer mehr Delay rein! Oh! Oh! Warum hab ich... Ach! Rüstungsherz! Boah! Wie epic hast du das gesehen? Ich hab einfach aus Versehen ne Bombe gelegt und die mit den Tränen an den blauen Stein geschossen! Obwohl ich den gar nicht gesehen hab! Richtig gut! Oh! Oh! Pille! Mal gucken! Krieg ich jetzt wieder ein Herz abgezogen? Bombs Akis! Sau! Ja ok! Bedingt sauber! Jetzt schreibt grad einer, er ist blauer Stein! Ja den blauen Stein hab ich mal eben mit nem richtigen Skill hingebaut! Ach guck mal! Der Bomberman! Alter! Nein! Doch nicht da wo ich bin! Das ist nicht Bomberman! Ja ich weiß aber das ist... Also ich hab den jetzt nur Bomberman genannt... Alter! Bomberman genannt weil der halt äh... Bomben... Bomben äh... Bomben... Ja was macht der da eigentlich? Kackt der die? Bomben Refrain! Alter und ich lauf rein! Was ist das denn für ein Assi? Oh Superfire Show! Geh mal näher ran dann geht der Vogel auf den Doof! Da! Superfire Show! Karte! Karte bringt nix so einzusetzen! Immer in so nem Raum ne? Ähm... Judgment kannst du jetzt benutzen! Ich glaub da kommt der Kleingeldmann! Ja! Aber warte ich mach mit dem erstmal nix! Weil... Ich geh erstmal um und guck mit dem Shop ob da nicht was besseres ist! Was das denn? Warum holst du dir das Geld nicht? Okay den einen Cent da nicht! Ich hab keinen Raum mehr! Achso das Item ist scheiße! Wenn das benutzt schießt du glaub ich einmal in alle Richtungen eine Kugel! Ne aber das bringt gar nix hier! Was würde... Ich mein ich kann mir das Buch jetzt nicht leisten! Ich weiß doch... Ja das ist auch kacke! Das sein! Nimm nix! Mach das Feuer aus und geh zum Kleingeldmann! Oh ich möchte Kleingeldmann! Wie soll dieser Verschnitt Manuel da? Hallo! Ich spende dir! Komm du scheiß Köpenner jetzt mach mal was! Ja wie viel schluckt der denn? Alter! Ja manchmal hast du Glück so und manchmal auch nicht! Soll ich meine 5 Geld mal weggeben? Oder meinst du so lieber nicht? Doch mach! Mit der 5 kannst du eh nix so weiter anfangen! Würde ich jetzt einfach alles dem geben! Oh! Sauber! Guck mal! Glück gehabt! So dann hab ich hier alles! Dann geh ich mal da rein! Und was kommt? Jiminy Rue! Ja warte! Irgendwo waren da noch 3 Dingens hier geheistet! Was? 3... 3 Cent! Ja aber ich hab nur noch 2 Bomben! Naja kann ich gleich mal gucken gehen ob ich da rankomm mit den Bomben! Ja eine brauchst du nur dafür! Bomben für Geheimräume brauchst du ja eh nicht! Nee nee da hab ich! Weil du eine Brille hast! Kannst du mal das Space-Item nutzen! Ah ja! Ja wie scheiße ist das denn? Jo! Jetzt kommt da dieser komische... dieser Fee-Verschnitt von Peter Pan! Wie hieß die nochmal? Tinkerbell genau! Alter geh doch mal weg du rotes Kacka! Ja was ist denn da? Aua! Ja also Jiminy ist nicht schwer glaube ich! Jetzt gleich geh ich bestimmt noch kaputt an den! Aua! Also... Wie kann man denn diesen Judas da freischalten? Boah weiß ich nicht! Keine Ahnung! Ich weiß nie! NEIN! Alter! So ein Kackviech! Warte da kommt ja das Super-Fallscher oder so! Ich hab Gürtel! Speed-Up! Äh so! Send-Dinger! Gehen wir nochmal gucken! Oh ich bin Schnauer! Ich bin der Manuel der rennen kann! So jetzt noch! Ja genau da wo die drei Dinger sind! Ah warte doch wenn da oben eine Bombe legst! Ganz nah am Stein! Das geht! In die Mitte! Jo! So! Und hier wär ja auch nochmal Geld! Ja ach den einen! Für den einen brauche ich das! Ja das lohnt's dir nicht! Keine Bombe! Ich hab schon wieder sechs Geld ey übel! Sechs Geld! Alter genau! Ich habe sechs Geld! Oh guck mal der Manuel weint! Oh jetzt wird der Manuel von seiner Mutter getreten! So! Der Manuel will doch nur kuscheln mit den Beinen! Nein! Wow! Wie ich die hasse ne? Ich seh das gerade nicht! Jetzt machst du die Bienen an! Ja! Die finde ich auch scheiße! Gibt ja noch welche die schießen diagonal! Weil ohne Kacke da verliere ich immer Items! Immer! Was labere ich da eigentlich? Ja der Föscher der ist voll Bienen hat der soll mal was machen! Nein! Ja! Ja! Superfrau! Ja sauber! Endlich! Ja der Battle Raum! Wie behindert ey wie ich das hasse! Nein! Bar! Alter Bar! Nein! Bar! Nein! Du kannst ja mal Space benutzen! Nein! Ich bin gestorben! Was? Das war doch nicht! Ja alter! Boah wie behindert! Er ist echt gestorben ich krieg zu viel alter! Wie krieg ich mal ein Datt denn? Ja ohne Scheiß! Die hab ich gedreht! Nee ich mach aber nicht Replay! Eve ist kacke! Guck mal ich hab hier noch die fette Magdalene! Ich mach doch mal mit dem Isaac! Der Isaac ist am besten irgendwie finde ich! Ich wollte wenigstens mit jedem einmal durchzocken so! Die hab ich auch einmal durchgezogen! Dann hatte ich keinen Bock mehr auf die! Oh! Ich muss Werbung machen! Ah ne kann ich noch gar nicht! Naja ich mach ich mach mal! Ich find Isaac ist irgendwie weiß ich nicht! Isaac komm ich besser mit klar so! Also bisher zumindest! Speed down! Toll! Diese Pillen sind manchmal so unfair ne? Ja Leute! Moment! Ich mach gerade hier! Werbung! Ey jetzt geht der voll langsam wie behindert! Ja! Ja! Der Tito schafft das! Beim Unmöglichen zu sterben! Der Isaac der wird später noch viel geiler! Wie später? Dann musst du noch öfter durchsuchen! Hä? Kriegt man dann da noch? Alter ich verkack schon beim ersten Stage! Der bekommt noch ein Item! Alter! Was ist denn da los? Ja! Ja! Der Tito was ist mit dir? Das ist ja heftig! Ja was denn ich kann das Spiel nicht? Noch nicht! Außerdem hab ich gerade Speed down bekommen! Nein! 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 Oh du bist schon wieder Tue? Ohne Kack! Ey wie geil! Ja! Lenk mich mal! Was soll denn der Kack? Wie soll ich denn da Tipps geben? Gib dem Titel doch mal Tipps! Ja mehr als Laufen und Töten kann ich auch nicht sagen! Keine Ahnung! Am Arsch! Toll! Toll! Super! Toll! Ja eben war ich besser so! Geile Kiste! Ja also toll ne? Voll assi! Ich hab gerade einen schlechten Lauf hab ich im Feeling! Oh oh! Sometimes! I get a bad feeling! I get a bad feeling! I get a bad feeling! Oh! Ich war! Nein! Alter! Zieht mir doch nix ab! Boah ich hasse die laufen immer weg! Ja! Hahaha! Nein! Alter war das knapp! So! Ah boah! Das Einhorn ey! Besser als gar keine Alte! Wow! Ja jetzt habe ich einen Schlüssel! Kann ich gleich oben für die Tour benutzen! Ja! Ich hab's drauf im Sterben im Moment! Ohne Kack! Ich bin der Pro der immer sterben! Und die Fliegen die nicht blinken ne? Tun die auch nix! Die ziehen mir gar nichts ab! Nein! Also die die gerade da waren! Die ja! Ja die sind blinken! Ja ja klar! Aber die die einfach nur schwarz sind! Die maximal pigmentierten Fliegen da! Die machen gar nix! Boah! Nicht schon wieder das hier ey! Hab ich eben auch schon mal gehabt! Ich hasse das voll! Nein! Doch! Du kannst ja gleich beim Boss die Karte benutzen! Ja! Und jetzt krieg ich bestimmt wieder irgendwas down! Nee! Balls of Steel! Was war das nochmal? Ja! Zwei Rüstungsherzen! Ach! Jo! Da guck ich nie hin! So! Jetzt geh ich aber nochmal unten in den Shop rein! Und guck mal ob da etwas für mich drinnen ist! Ähm! Nee! Nicht wirklich! Ich geh nie in den Shop wenn ich nicht mindestens 15 Cent hab! Ja! Ich hab jetzt gerade zwei Schlüssel! Deswegen hab ich gedacht guckst du einfach mal rein! So! Oh nein! Ist schon wieder der! Der! Boah! Immer diese Bibi-Bloxberg-Sachen hier! Du hast den Geheimraum noch nicht ne? Jo! Ich hab aber auch keine Ahnung wo der ist! Ich aber! Könnte an zwei Stellen sein und du hast zwei Bomben noch! Muss ich mir gleich sagen! Ich hab das Gefühl dass die viel schneller schießen bei diesem Gegner hier! Ist das ein Einbildung oder? Die Wershi ist schneller! Die, die äh! Die geilen geilen Bienen die ich eh schon hasse! Also ich nenn die immer Bienen! Dabei sind das ja auch irgendwelche verkackten verkrüppelten Mücken! Jo! Weiß nicht! Ist mir nicht aufgefallen! Freu mich schon wenn du den Hard-Modus freischaltest! Wat? Hard-Modus? Willst du mir jetzt erzählen dass du auch immer noch auf Hard-Modus zockst? Ja geht nicht anders! Der ist einfach immer aktiv! Ach ja! Er zockt auf Hard-Modus! Ja natürlich Sepp! Ja aber! Aber natürlich! Und ich kann doch nicht mal den Einfachen! Wo lebst du du? Da hinterher hast du das einfach drauf so! Das ist einfach so der Mann! Wat ist das hier eigentlich? Das ist halt so ein Ding das schwirrt ja um mich rum! Aber wat genau macht der? Das ist Cube of Meat wenn du davon vier Stück hast! Also einen der ist halt wie so ne ähm wie so ne Fliege da blockt dann halt mal Schüsse ab wenn du Glück hast! Beim zweiten Mal also wenn du noch eins davon findest dann ähm schießt das mit! Also dann ballert das auch Kugeln! Beim dritten Mal hast du so einen kleinen Meat Boy bei dir rumlaufen! Beim vierten Mal ist das der richtige Meat Boy! Der rastet dann voll aus! Genau! Ja genau! Ja! So du bist jetzt gerade da! So der Dings könnte jetzt unten sein da wo du jetzt stehst! Ne! Und ja dann ähm unter dem Item Raum! Okay! Also nicht zum Item Raum gehen sondern zum anderen! Also jetzt rechts und zweimal nach unten! Ne einmal nach unten! Ne zweimal nach unten! So dass du zwischen Item und Boss Raum bist! Und dann rechts eine Wand! Wo ist mein... Wo ist mein... Nicht... nicht zum Item Raum! Da... da drunter! Und dann rechts! Ja! Ja! Ooooooh! Kohle! Jetzt könnte ich mir diese blaue Fliege holen! Aber die ist glaube ich nicht so sinnvoll! Ja! Die habe ich eben auch gehabt! Die war so... La la war die! Und jetzt Endgegner! Oh lecker Blümchen für dich Frau, oh nein, da hat er mich runter gezogen und hat gesehen, dass ich einen kleinen habe. Nein! Alter, ich hasse dich. Ich weiß gerade gar nicht, wie oft ich schon gestorben bin und wie oft ich meine Mutter geklatscht habe. Ach, ich habe meinen Coup gar nicht eingesetzt.